Ja, halli, hallo ihr Lieben! Wir haben wieder Make-Up Mittwoch und ich nehme euch heute mit nach Köln, wo ich eine der bekanntesten Fashion-Bloggerinnen der Welt treffen werde. Ja, wie ihr seht, befinde ich mich noch zu Hause. Ich bin aber schon schwer aufgetakelt, wie man an meinem Gesicht und halbwegs an meinem Outfit sehen kann. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Köln, denn dort wird heute Abend der Lounge der GES-Kollektion in Zusammenarbeit mit Ellen Kling stattfinden in einem super schicken Designerladen, den ich noch aus meiner Kölner Zeit kenne. Mein Gott, ey! Also dieser Lippenstift, der ist ja mal Hammer, ne? Ja, und da werde ich mich jetzt mal aufmachen. Ein bisschen ein Problem ist der Schnee, wie ihr hier sehen könnt, ja. Ich hoffe mal, der macht mir gleich keinen Strich durch die Rechnung, wenn ich jetzt auf die Autobahn muss. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich könnte euch vielleicht das Outfit of the Day zeigen. Ich habe mir natürlich viele, viele Gedanken gemacht, wenn man eine bekannte Fashion-Bloggerin trifft. Oh mein Gott! Aber letztendlich bin ich dann, habe ich einen Kompromiss gemacht zwischen schick und bequem, weil ich ja jetzt noch zweieinhalb Stunden im Auto fahren werde. Ich trage einen Strickpullover, den ich mir in New York geholt habe. Grau. Für mich die Farbe der Saison. Kann man nichts falsch mitmachen. Kannst du mit allem kombinieren. Kannst du ein passendes, buntes Tuch zutragen. Bist du gleich ganz schick. Ganz normale Jeans von Levis. Im Moment noch meine super geilen Hausschuhe von Primark. Aber die werde ich später gegen die Enkelboot-Highheels von der letzten H&M-Kollektion. In der Maison Mati, Maison Magiella, Maison Martin, wie auch immer, MMM, die mit dem Plexiglas-Absatz. Die fand ich recht passend, aber das mache ich, wie gesagt, erst, wenn ich dort angekommen bin. Ja, mittlerweile bin ich in Köln angekommen. In der Tiefgarage, wie ihr so schön sehen könnt. Und jetzt werde ich mal meine Treter wechseln. Wie schon angesprochen, in die H&M-Schlappe. So, eingemummelt habe ich mich auch, wie ihr sehen könnt. So, eingemummelt habe ich mich auch, wie ihr sehtet, wie ihr sehtet, wie ihr sehtet, wie ihr sehtet, wie ihr sehtet. Also, das Event ist zu Ende. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie ich in die Parkgarage kommen soll. Meine Füße tun mir höllemäßig weh, aber höllemäßig. Wenn wir nicht irgendwie drei Grad hätten, würde ich die ausziehen und auf Socken gehen, ehrlich. Ich werde jetzt hier so dermaßen zum Parkhaus eiern. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, scheiße, ey. Ich bin im Auto, aber frag mich nicht, wie ich da hingekommen bin. Meine Füße, die hätte ich abschrauben können, ja, geht gar nicht. Ich bin völlig fertig. Entschuldigung, und ein bisschen krank bin ich auch noch, aber das Thema ist jetzt zum Glück wieder erledigt. Ich wollte noch schnell mit euch das Goodie Bag auspacken, was es gab, bevor ich mich dann hier von euch verabschiede. Ich habe selber noch nicht reingeguckt, also ich weiß nicht, was drin ist. Wir schauen mal. Ellen Kling Formaziano. Da scheint der Katalog der Kollektion zu sein. Ja, gucken wir später mal an. Eine Ellen Kling Jutebeutel-Tasche hier. Ellen Kling Formaziano. Moment, hier mal das mal raus, was ich schon gezeigt habe. Nicht, dass wir durcheinander kommen. Noch mehr Kataloge. Oh, hier wird es spannend. Oh, Schokolade. Ellen Kling Formaziano Schokolade. Sehr geil. Kann ich gut gebrauchen jetzt für die Fahrt. Was haben wir hier? Wahrscheinlich einen Kalender. Na, komm schon raus, du verfluchtes Ding. Ah, ein Notizbuch. Auch schön. Da kann man immer schön was drin notieren. Und ein Stift fürs Notizbuch. Sehr schön. I like. Das ist mal eine Goodie Bag, die Spaß macht. Noch ein Katalog und Seidenpapier. Ja, in diesem Sinne packe ich das hier mal wieder ein. Ich werde mich jetzt auf die lange, einsame Fahrt nach Hause begeben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt auch sehr gerne abonnieren. Ich habe euch auch nochmal hier ein anderes empfehlenswertes Video verlinkt. Und kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr jetzt am kommenden Samstag in Köln seid, an der Köln Arena, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Und es gibt so eine Art Video-Day-Pre-Treffen oder wie auch immer. Da werde ich sein mit diversen anderen YouTubern, die ihr sicherlich auch kennt. Ein paar Beauty-Gurus, aber auch ein paar Comedians. Also an der Lanxess Arena um 14 Uhr. Ich freue mich sehr, wenn ihr da seid. Und sage einfach bis dahin. Ciao, ciao. Eure Coco. Eure Coco.